Ja, schön Bei den Leutenhaufen hätte man auch sehr leicht den Flitzer machen können Ja, die kommen aber bestimmt nur Ich hab die einfach verpasst, richtig? Äh, ja, lustig Ich glaube, ob man losstellt, warum? Oh Gott Das war der zweitletzte Aber jetzt hatten wir Ich weiß jetzt ungefähr das Prinzip von der Bonuszeit Die spart sich erst an Die sammelt sich erst und dann kriegen wir sie erst Ja, wenn wir da durchfahren, ne? Durch diese roten Dinger da Also die sammelt sich erst extrem an Wir schaffen das schon Ne, gar nicht mal Die löst sich nach einer bestimmten Zeit immer wieder aus Die Bonuszeit Ich seh grad nichts Ja, wie uns ein Baum festhält, Mann Das hat leider wieder wertvolles Zeit gekostet, Alter Aber gut, der hat aber wieder gut Zeit gegeben Ja, das wird nicht Das wird nicht so oft irgendwo gegen gefahren Ja, hat's vergessen Die PS ab Kürze vergeschaltet Ja, super Ja, super Hast du das gehört, oder wie? Ja, hab ich nicht auch grad gemacht Ich hab voll die Striche hinter uns her laufen, ne Ja, natürlich Ja, natürlich die Tankstelle sind ja auch Alter, hier überall ist irgendwas, Mann Oh, ein Baum mitten an der Tankstelle Braucht jeder Wer kennt das nicht? Sie sind an einer Tankstelle und Und da ist ein Baum Ja, was denn sonst? Wow Ja, jetzt ist er zu weit gefahren Ey Das treibt mich richtig auf, diese Amokfahrt, ne Ey, kann ich dir grad voll nachvollziehen Glaub mir mal Ja Ja Ja, ich bin so durchgefahren, du holst die Kunden hast, bis dahin zu kommen So, willst du mal probieren zu fahren? Von mir aus, ich kann's versuchen Wo sind wir denn jetzt, verdammt? Wieder am ARD Boah, meine Fresse, komm aus dem scheiß Auto raus, Mann Wo war denn das? Wer Amokfahrt war denn das? Ja, die da beim Tee, bei Rast, was die Nadels, oder? Oh, da Komm rein, hier Gut, dann kann ich jetzt mal einen Schuck trinken Während du fährst Boah, scheiß Ja, super, wir fahren in den Reaper Ich fahr bei dir mit Ja, wenn das kein Bildes Omen ist Boah, ey, so ein scheiß Dreck, Alter Ajo Ja, also du fährst jetzt zurück, hast nur Sekunden Zeit Komm, schaff das mal, okay? Ja Ich wette, das gibt voll viele Flamer-Kommentare Wie, boah, seid ihr schlecht Ich hab das in zwei Sekunden geschafft Und das, bevor ich die Mission angenommen habe Ja, und der heißt dann Atsu-Naruto-Killer? Oh mein Gott, ey Na, ich steig dann schon mal aus Werf nur weiß, krank Das Wasser sieht ja sehr logisch aus Junge, guck dir das Wasser nicht an, Mann Mann, Mann, oh Ich werde immer voll belästigt von Jan Belästigt, girl Ja, der steht immer so hinter mir am Fenster So, wenn ich am Duschen bin Okay Na, ja, weißt du Bescheid, ne? Bei mir zeigt er aber anscheinend ganz andere Wege wie bei dir, Alter Ja, guck, da zeigt er jetzt in die Ecke da rein, weißt du? Ja, jetzt Nur sechs Sekunden gibt Gas Ich bin dabei, Gas zu geben 14 Ja, jetzt die Kurve durchgefahren ist, ey Ja, wieder hat mir einer entgegenflog Ja, Müllcontainer, super Ja, aber wir können aber alles wegrammen, ne? Nur so, so Müllcontainer-Bäume können wir nicht wegrammen, ne? Ja, das gibt Sinn Ja, nehmt erstmal Leute mit Hast du gesehen, wie er rausgeflogen ist? Ja, ich wollte gerade sagen, da flog mir was entgegen Ja, ich hab eine Sekunde rausgeholt Ja, auch jede Auch eine Sekunde ist fast wert, ey Hier besonders, hat man ja gemerkt, ne? So, hier lang Ja! Was war das denn? Äh, Mast Oh, die Blase, Alter Ja, wo wollen die denn? Ja, das ist Absicht Die wollen nicht nur verwehren Ich muss zugeben, das schaffen die Jetzt ist da eine Ecke Kommt noch ein? Oh, kurz sogar noch ein paar mehr Oh, nein, das wird nichts Okay, aber wir, wir waren schon mal nahe dran Wir waren weiter als je zuvor, Alter Ähm, okay, wir waren schon mal so weit Aber hätte, wären wir da nicht festgesteckt So wie, äh, ich mag dich nicht Oder so Okay, einfach alle Menschen mitnehmen Alles mitnehmen So einfach ist das, mein Gott Ja, so einfach ist das gar nicht Okay, wo fährst du, warum? Weil ich's kann Ist logisch, wie stark das Auto ist hier, ey Ja, wenn ich was sehen würde, wäre ich im Vorteil Ja, hallo Ja, guck, voll und Das können wir vergessen Ja Was, wirf doch Wieso? Ja, dann lenk dich halt nicht, du blödes Teil Dann lass dich halt nicht lenken, ey Hin und wieder ist das Ding so krank einfach nur, ey So schlimm war das hart oder so Das Ding ist heterosexuell, das mag ich nicht Was so, weißt du, bist du schul? Äh, was? Nein Ja, hoff ich mir aus, du Pisser Ich muss verstehen, sie wollen nicht sterben oder so Ja, komm Dann lenk dich halt nicht um die Ecke Einfach nur, weil du's kannst Ich fahr die, achso Ja, das ist blöd Also, ja, gut, 17 Sekunden geschenken Müllteine Ja, müsst ihr das mal kriegen Ja, los, Bonuszeit Ja, gibst du uns halt nicht Warum auch, brauchen wir ja nicht, nein Wir schaffen das als 0 Sekunden Gib uns halt nicht unsere scheiß 18 Sekunden Bonuszeit Ich ramme die Leute einfach nur auf Vergnügen tot Ja, gut, stimmt auch irgendwie, aber Ja, gut Mein Gott, f*** dich, ey Du musst die Menschen hauptsächlich machen Ja, das geht nicht, weil wenn du fährst, das ist so, so Ich treff dich Ich weiß, dass die Dinger scheiße fliegen Ich treff die nächste Warum schreifst du mich an? Ja, Baum, Baum Ich fahr extra langsam am Baum vorbei Okizoky Hallo, Frau Oh, wir haben viel zu wenig Zeit, ey Hallo, Stricher Stricher, Alter Gib das Auto Ja, weg da, du Pisser Äh, ich will mich ja zu dir Fuckin Ich krieg zu viel von dieser Mission Die pisst mich so langsam richtig an, Alter Alter, ich schwör's dir Lieber Gott im Himmel Vergewaltige gegen Jan Vergewaltige gegen Curryweiß, ich schau Du hast auch nie geschaut, also Schnauze Ja, was willst du denn? Ich bin nur Beifahrer Du bist Gayfahrer, Alter Du bist Gayfahrer Nein, ich bin Frontfahrer Ja, Schussange, verpiss dich bitte von mir Ich sehe nichts, Kurt Warum auch immer 30 Sekunden, aber What the? Was ist das jetzt? Hast du das auch fliegen sehen, das Auto? Ja Okay, ist auch ne Ich denke, wenn man schon da Sehengeleitet wird, ne Ja, ich wollte gerade sagen Der zeigt mir an, dass ich hier umdrehen soll Wow Ich kann nicht lenken, wenn ich so Gegen so ein Auto fahre, Alter Weil da mein Auto fährt Ja, nein, komm Geht doch, noch 12 Sekunden rausrollen Wie auch immer Ist mir vielleicht egal, wie du die rauskommst Der Kopf war doch Ja, Bonuszeit 1 Ja, ja Als ob ich es nützlich hätte, Bonuszeit zu kriegen Bist doch nur für Anfänger Scheiß doch auf Bonuszeit 6 Sekunden, Digga Ja Gut Gib einfach Gas Wow Die hätten das echt machen müssen, dass man die Schaffen eh nicht Du musst mehr werfen, Alter Du musst viel mehr treffen Wir brauchen richtig fett Bonus Ja, wenn du fährst, ne Kann ich richtig zielen, weil Das ist denn so Abstand und so, weißt du Ja, ich kann auch nicht zielen, wenn du fährst Das Problem ist, die Mollis haben so eine scheiß Flugberechnung Aber du musst am besten die Menschen erwischen Weil wenn ich die überfahre, hebt man K vorne ab Ich drück jetzt die ganze Zeit Da flog so eine alte hässliche Frau Das kann nichts dafür, wie sie aussieht Das ist so Ja, das sieht ja schon schlecht aus Wie der Angst hat vor uns, Alter Das war ganz klar getroffen, aber ist ja egal Nee, das packe ich da nicht mehr in ne Sekunde Junge, mich reg'n mich hier schon auf Jetzt halt du deinen Maul Sonst gäb's mich echt Tote Ja, willst du denn zu mir fahren? Ich muss nicht zu dir fahren Wenn ich hier aus mein Zimmer spritze, treffe ich dich da auch Wasch spritz Sange, so sehr Ja Only fools stand up to me Geil Alter, Avid Ist okay Ja, was? Warum sind die Dinger hochgeflogen? Ja, lenkt doch, du dummes Auto, Alter Ich weigere mich Egal, ich will noch so viel Zerstörung anrichten, wie ich kann Bevor die Mission fehlgeschlagen ist So, da habt ihr Da hast du gefressen Boah, mach du mal wieder, ich hab keine Lust mehr Oh, jetzt zu spät Ja, last round for me Alter, ey Boah, mein Kreuz, Alter Das ist, als ob man gefistet wird Aber nicht in den Hintern, sondern in die Eier So, hallo Fahr über mich drüber, weil du's kannst, genau Genau Genau, dein Controller vibriert Hallo So, ich streike jetzt Junge Ich wette, wir hätten's jetzt geschafft irgendwie Nur weil du gestreikt hast, geht das nicht mehr Oh Komm mal, ich treffe manchmal Leute, das erkennt ihr nicht an Ja, aus dem Auto geflogen ist auch schon Wie ich jetzt Verbesserung verfügbar habe, das bringt mir voll viel in dem Moment Ja Hallo Dürfte ich da mal bitte rein, danke Oh, hat aber nicht grad viel Bonus halt gegeben Wie Autos sich einfach weigern zu explodieren, Alter So voll, wir sind aus Porno, ihr könnt mich nicht So, Hölle Ja Ja, hier ist ja nix, was man kaputt machen könnte Mensch Yay, plus zwei Bonus halt Yeah, in zwei Sekunden schaffst du das Du scheißdinger, Alter, ey Ich komm nicht mal um die Kurve, ohne dass mich so ein Ding fistet Ich hasse die Mission Ich auch Darf ich dich eigentlich verklagen? Nee Nee, nur Voll böse und so Was hab ich hier noch nicht gekauft? Das hab ich noch nicht gekauft Ever heard of door locks? Wollen wir du Okay, ich hab dich grad voll umgefahren Du bist grad so im Liegen ins Auto gesprungen Skill is skill Nee, 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 ich aber nicht So, das hab ich auch noch nicht Oh, oh Friendly fire Hallo Bim, bim, bim Waffen und Munition kaufen Ich fahr schon mal zur Kackmission Halt die Fresse, Automann Laber mich nicht voll Automann Automann Boah, für die Zuschauer mega langweilig Ja Aber was will man machen? Oder, oder die freuen sich voll, weil wir voll am Abscheißen sind Wahrscheinlich Yay, voll die Loser, voll die Noobs Yay 5 Sekunden war es für 5 Sekunden, hab ich's geschafft Ja, schön, dass, ähm Die Markierung aufgehoben worden ist Komm, was soll ich weiß, warum fangen wir eigentlich immer da hinten noch nicht Was ist mit einem Rätseln? Von mir ein Porno Porno? Hm, Porno Du weißt, was das ist, ne? Willst du einen kochen? Ich bin einer Ich will jetzt irgendjemanden in die Fresse hauen Da, du bist ein Dutscher Du hast mir Mittelfinger gezeigt, dafür verhaue ich dich, du Pisser Warum so Akressie? Und jetzt zu dir Scheiß Schlamper Ja, okay Ich haue hier voll mit dem Basie ein ins Gesicht Ja, okay, ich nehme an Ich habe mein Basie jetzt aufm Maximum gepumpt Da sind jetzt so voll Stacheln dran und so Boah, das ist so scheiße zu zielen damit, ne? Ja, sag ich ja Und verkackt Was ist passiert? Groß Boom Groß Boom? Groß Boom Das Problem ist, ich weiß ganz genau, wenn ich vor dir schmeiße, siehst du es sehr wenig nur Vielleicht versuche ich jetzt mal, mich so vor dir zu schmeißen Oh, ich habe verkackt Ich bin in die falsche Einwegung gefahren In die Eingebung? Einwegung Ich bin in die falsche Eingebung gefahren Alter, ne Zeit ist abgenommen Und du hast nur Sekunden Zeit, das alles zu schaffen